Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu den Factsheets. Ja, hier vom Farming Simulator 25. Jeden Freitag kommen ja neue Factsheets raus, welche Maschinen, welche Traktoren, welche Geräte im 25er sein werden. Diese sind handverlesen und wir wollen jetzt als erstes mal reingucken in die ganze Geschichte, wie denn, ja, ich sag mal, so die nächsten Maschinen aussehen. Welche Anbaugeräte es gibt und da beginnen wir jetzt gleich mit dem größten im Bunde, nämlich dem Oxbow BP2140E, den Selbstfahrer von Oxbow für die Erbsen gehe ich mal davon aus. Erbsenbohnen, sowas in der Drehe. 498.000 Euro kostet das Ding und hat ein Fassungsvolumen von 15 Kubik. 3,3 Meter Arbeitsbreite haben wir hier auf alle Fälle und so sieht die ganze Geschichte aus. Also ich bin schon gespannt, muss ich mal zugeben, wie die ganze Animation da sein wird. Also es wird auf alle Fälle eine wunderschöne 3D Animation sein und auch natürlich das Ausladen der Güter wird hier ein großes, großes Thema werden. Dann gehen wir schon mal weiter. Auch Anaburger hat sich natürlich wieder in den Farming Simulator 25 reingeschlichen. Der HTS 22 B.79 und der AW 22 17 zeige ich euch jetzt, was damit gemeint ist, denn man sieht vermeintlich hier nur ein Gefährt oder ein Gerät. Ist es aber nicht, nämlich haben wir hier einen Trailer. Der Trailer kostet 38.000 Euro, braucht 180 PS unbedingt, der HTS 22 B.79 und dazu gibt es natürlich den passenden Aufsatz, den AW 22 17. kostet 35.000 Euro und kann bis zu 36 Kubik Ladevolumen auf alle Fälle konfiguriert werden. Ihr seht es schon, ihr habt hier unten drunter alle möglichen Fruchtarten, Schüttgüter, alles was es im Spiel so geben wird, könnt ihr natürlich hier in diesen Trailer wunderbar reinladen. Das Ding ist allerdings, ich gehe davon aus, dass Anaburger uns auch noch weitere Aufsätze bescheren wird, was ziemlich interessant ist, denn wir haben einen Trailer und haben verschiedene Aufsätze. Spart Zeit, spart Geld, spart Platz, finde ich. So, dann kommen wir zu Klaas. Klaas wird natürlich wieder eine große Marke im 25er sein. Der Evion 450 und das Vario 620 und da gucken wir mal, was denn das alles sein wird. Der Klaas Evion 450 Mähdrescher kostet 226.500 im Spiel, hat ein Fassungsvolumen von 8.000 Liter, also ist eigentlich eher einer der kleineren Sorte. Hat 258 PS und dazu genau passend, das Schneidwerk Vario 620. 52.000 Euro kostet das. Das heißt, wir haben eigentlich für einen anständigen Preis schon eigentlich einen ganz guten Drescher. 6,2 Meter ist auch nicht unbedingt zu verachten und es kann natürlich die Standardfrüchte dreschen. So sieht die ganze Geschichte aus. Ja, mit 6.000 Litern ist es auch nicht ein extrem kleiner Drescher. Ich würde sagen, es ist von den Kleinen schon der etwas bessere. Genau, und dann haben wir noch ganz neu im Spiel von Dalbo die Power Chain 800. Wenn wir jetzt hier gucken, werden wir uns überlegen, was könnte das denn eigentlich sein? Und es ist eigentlich nichts anderes als eine Kettenecke. Ich zoome euch das mal ein bisschen ran. Also wir haben hier, wie gesagt, Ketten, die es natürlich vermögen, Unkraut und andere Pflanzen in den Boden zu bringen. Wir sehen es hier auch schon. Also es hat mehrere Fruchtarten, mehrere oder es hat eine größere Bewandtnis mit dieser Power Chain 800. Das ganze Ding wird 43.000 Euro mal kosten und ist 8 Meter breit. Wie wir ganz genau im Spiel damit handhaben und hantieren, das denke ich mal, werden wir dann auf alle Fälle in der kommenden Zeit auf alle Fälle mitbekommen. Hier oben drauf sieht es noch aus, also es ist ja auch gegen Unkraut gedacht, dass hier oben drauf sieht es aus, als wenn man vielleicht sogar noch was mit einsehen kann oder sowas. Wir werden es sehen. Interessant wird es allemal und ich bin auf alle Fälle gespannt, was wir ja beim nächsten Factsheet Freitag da so serviert bekommen. Ja, das soll es aber erstmal gewesen sein, meine Lieben. Lasst gerne das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat und wer mehr sehen und wissen will, der geht natürlich sehr gerne jetzt mal auf meine Playlist und abonniert die ganze Geschichte. Bis dahin sind wir aber erstmal raus. Macht es erstmal gut, meine Lieben. Tschüss und tschaui.